Hallo meine Lieben und herzlich Willkommen nach langer Zeit zurück zu einer neuen Folge hier von Plants vs. Zombies Heroes. Ja, mein Leben spielt mir so manche Streiche und in den letzten Tagen und auch Wochen sind leider ein paar Dinge passiert, die mich sehr zu Boden gerissen haben und mir ziemlich heftig einen reingedrückt haben und dementsprechend ich halt einfach bei bestem Willen nicht aufnehmen konnte. Und jetzt hoffe ich, geht's endlich bergauf. Es gibt gute Anzeichen, die mir zeigen, dass sich mein Leben ein bisschen in bessere Bahnen leitet und dann sollten hoffentlich bald auch wieder pünktlich jeden Tag die drei Videos, die normalerweise manchmal auch vier kommen, sollten kommen. Genau, so, es gab in der Zwischenzeit ein Update. Ihr habt es mir auch gesagt, ihr habt es mir geschrieben in den Kommentaren, als ich letztens auch einen Livestream gemacht habe. Habt ihr mir es da gesagt? Also, habt ihr das mitbekommen, dass es ein Update gibt? Und hier steht auch schon Post. Willkommen beim April Update. Neues Feature Tagesherausforderungen. Jeden Tag erwartet dich eine neue, handgemachte Schlacht mit coolen Wendungen. Manchmal findest du besondere Karten auf dem Spielfeld oder auf deiner Hand. Manchmal musst du in deinem Zug ein Vertrag das Rätsel lösen. Verdiene fette Belohnungen. Für jede bestandene Tagesherausforderung erhältst du ein hübsches Bündel Event-Tickets. Gewinne drei Tagesherausforderungen in einer Woche und du erhältst einen besonderen Bonus. Schaffst du fünf oder sogar alle sieben Tagesherausforderungen einer Woche, winken sogar noch stärkere Belohnungen. Probiere Helden und Strategiedecks aus. Für die Tagesherausforderungen erhältst du oft ein mächtiges, maximal wirksame Strategiedeck mit allen 40 Karten. Das ist deine Chance herauszufinden, welche Helden und Strategiedecks dir am besten liegen und diese zu deiner eigenen Sammlung hinzuzufügen. Probiere neue Wochen-Event-Karten aus. Bei den Tagesherausforderungen startest du oft mit der neuen Wochen-Event-Karte auf deiner Hand oder auf dem Spielfeld. Probiere sie aus und finde heraus, wie sie gespielt wird. Dann nimm am Wochen-Event teil oder hol sie dir in den Vorabzugriffs-Bandels, das ist so ein bescheuertes Wort, für deine Sammlung. Also wie verscrollt. Basis und Premium-Set vereint, um den Erwerb neuer Karten zu vereinfachen wurden, das Basis und das Premium-Set zusammengelegt. So benötigst du keine Münzen mehr und kannst dich ganz auf Edelsteine und Event-Tickets konzentrieren. Das wiederum macht mir ein kleines bisschen Sorgen, weil ich die Befürchtung habe, dass dadurch der Anteil der Basiskarten vielleicht größer geworden sein könnte. Neu zu erschaffene Event-Karten. Die früheren Wochen-Event-Karten roter Stachler und heiße Dattel können jetzt gegen Funken erschaffen werden. Tippe eine Karte in der Sammlung. Bla 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 bla. So, der Banana-Split ist momentan, ähm, ja, der war, der war, glaube ich, letzte Woche oder so. Und weil es diese Woche gibt es hier den da, den Zombie-Turmspringer. Aufdecken auf Anhöhen, verschiebe diese Karte ins Wasser und sie erhält plus eins. Das ist aber nur, wenn man sie auf Anhöhen setzt. Und hier können wir schon sehen, Tagesrausforderung meisterlicher Montag. Ähm, und hier sieht man, ähm, wie viel man machen kann. Ich habe das Problem, ich habe leider einen Tag ausgelassen. Das heißt, ich werde die Belohnung für sieben Siege leider nicht mehr bekommen, aber die heutige Belohnung können wir uns auf alle Fälle noch holen. Ähm, im Endeffekt ist es so, ihr bekommt immer 100 von diesen Event-Tickets pro geschaffte Challenge. Jeden Tag gab es eine neue Challenge. Ja, die ersten drei Siege habt, kriegt ihr noch 200 drauf. Wenn ihr sogar fünf Siege geschafft habt in der Woche, kriegt ihr 300 noch zusätzlich oben drauf. Ähm, das heißt, wir wären dann da schon bei 1000 Event-Tickets. Und wenn ihr alle sieben in der Woche schafft, kriegt ihr zusätzlich noch ein Päckchen mit drauf. Ähm, der Vorteil daran ist, 1200 kostet jetzt zum Beispiel diese hier und das wäre halt genau perfekt. Wir haben hier 1000, dann hätten wir da nochmal 100 und nochmal 100. Das wären wir genau bei 1200 Event-Tickets, in denen ihr einfach nur einmal am Tag euch einloggt und diese eine Herausforderung schafft. Dadurch geht es um einiges schneller. Ähm, ja, das könnte man natürlich machen. So, Hirnfrost hat sich mit der neuen Event-Karte Zombie-Turmspringer zusammengeschlossen, nämlich also vor Attacken aus dem Wasser in Acht. Okay, wir kriegen dafür ein vorgefertigtes Deck. Und dann schauen wir mal. Das ist eben die Tages-Verausforderung vom Montag. Genau. Und dann kommen halt jetzt in den acht Stunden, fängt es dann wieder von vorne an. Hirnfrost hat sich mit der neuen Event-Karte Zombie-Turmspringer zusammengeschlossen, nämlich also vor Attacken aus dem Wasser in Acht. Ja, das hat er ja schon erzählt. So, mit was kann man starten? Das ist ein bisschen teuer für den Start. Die ist ganz nice, aber auch ein bisschen teuer. Ja, ist nicht der schönste Start. Aber mal gucken mal. Ich kenne das Deck nicht, mit dem wir hier spielen müssen. Ich habe mir die Event-Decks auch teilweise gar nicht so krass angeschaut. Aber wir setzen einfach schon mal ein bisschen, damit wir wenigstens irgendwas auf der Karte haben. Okay. Jetzt kriegen wir wieder den Dummstrung. Pflanzen spielen. Ja. Was machen wir denn? Machen wir noch einen? Einfibisch-Team-Fake? Ja, machen wir aber. Wenn da Wasser, aufs Wasser eventuell eine Pflanze kommt, glaube ich, sind wir ganz froh, wenn wir da schon mal was sitzen haben. Interessant, dass er so bis jetzt noch nichts ausgespielt hat. Die heben wir auf alle Fälle auf. Die setzen wir auf alle Fälle noch. Dankeschön. Nett von dir. Ich setze auch die hier schon mal. Lege eine Pflanze. Sie erhält plus drei. Ne. Heben wir mal noch auf. Aber das werden wir jetzt dann benutzen. Dann werden die alle drei schon mal verstärkt. Oh, der verlegt sie auch. Interessant. Okay. Na, von mir aus. Was kriegen wir denn? Ah, der bringt uns jetzt gerade noch nichts. Aber der wird später sehr interessant für uns werden, denn wir haben den großen Vorteil, dass die relativ lange auf dem Feld bleiben werden, dadurch, dass sie generell sehr, sehr viel Basisgesundheit haben. So, ich werde auf alle Fälle das jetzt benutzen. Und zwar auf die hier, weil die schon ein bisschen vorgeschädigt ist. Und ich werde sie hierhin schieben. Warum nicht hierhin? Weil der... Ich kriege so oder so vier Schaden. Die kann ich in der nächsten Runde ausmerzen, die vier Schaden. Die hier nicht. Das wäre ich meiner, weil der verliert sich sowieso und wird dann zu einem Plus-Einser, wenn ich da was entsetze. So, jetzt spielen wir die schon mal aus, damit wir den da überhaupt endlich mal töten können. Und damit der erste Schaden kommt. So. Zufällig Pflanzen wir zurückspielen. Jetzt bin ich mal gespannt. No, es war so klar. Es war halt so klar. Es war halt so klar. Na, aber immerhin... Ah, das ist... Oh, das ist natürlich auch schön. Alle Pflanzen in Ableger verwandeln. Ist auch eine schöne Sache. Ich... Dann haben wir da aber da nicht mehr den Achterbonus. Heißt, die hätten alle nur noch drei Leben. Aber wir würden jede Menge Schaden auf die Lane bringen. Also mach ich das mal. Ist risky. Es ist wirklich risky, ob man das machen sollte. Aber der Vorteil ist halt, dass ich dadurch mehr Schaden auf die Lane kriege. Und das ist gut. Also machen wir es einfach. Oh. Der ist verstärkt worden. Das ist nicht so... Guck mal. Wir haben kaum mehr Leben. Was ist da passiert? Wann haben wir so viel Leben verloren? What the fuck? Okay. Jetzt müssen wir aufpassen. Jetzt müssen wir tierisch aufpassen, was wir machen. Okay. Pflanzen das da. Pflanzen das da. Und hoffen mal ganz stark, dass wir... Dass der keine allzu großen Tricks mehr hat. Sonst haben wir ein Problem. Okay. Schieben diese Karten ins Wasser. Da hat er sich jetzt natürlich selber ein Bein gestellt, dass er den von Haus aus auf eine Anhöhe gestellt hat. Weil dadurch hat er nämlich jetzt das Problem, dass er den Effekt davor nicht auslösen konnte. Und ja nicht in die Wasserlane verschoben wurde. Und auch den Bonus nicht gekriegt hat. Das ist natürlich jetzt blöd, ne? So, was machen wir? Wie wahrscheinlich ist das, dass auf der Lane noch was kommt? Er hat noch fünf über. Dann... Na warte, es ist ja gar nicht mit vier. Oh, ich bin so dumm. Die macht ja mit vier oder... Ich bin dumm. Ich bin so dumm. Ich bin... Jetzt haben wir verloren. Jetzt haben wir... Oh Gott, wie kann ich nur? Nein! Ich bin dämlich. Damit habe ich es mir jetzt verspielt. Damit habe ich es mir jetzt verspielt. Das war jetzt dämlich. Das war richtig dämlich. Na, da kriegen wir jetzt den Diamanten. Wunderbar. So, jetzt haben wir die Herausforderung nicht geschafft. Selbstverständlich habe ich nur deswegen verloren, um euch zu zeigen, was passiert, wenn man sie nicht schafft. Man kann sich halt eine Werbung anschauen. Yay! Wenn man sich diese Werbung angeschaut hat, wir machen mal den Ton leiser. Oh, das Gelb kommt fürs Handy? Äh, ist ein anderes Spiel. Ja. Man kann sich halt jetzt eine Werbung anschauen. Ich habe da jetzt leiser gemacht, damit das nicht so laut im Hintergrund runterrödelt. Und wenn man sich diese Werbung angeschaut hat, dann kann man es nochmal versuchen. Ah, Cats heißt das. Das hat mich kurz an ein anderes Game erinnert. Deswegen... Okay, jetzt machen wir das weg. Machen wir wieder lauter. Und dann machen wir es noch bei. Und jetzt gewinnen wir. Ja, jetzt gewinnen wir. Das war dumm gespielt von mir. Hab das Spiel so lange in dem wir wirklich aktiv gespielt? Nein, das ist natürlich keine Ausrede. Oh, okay. Erschaffe eine Walnuss mit sechs Gesundheit auf jeder Bodenreihe. Und sechster Angriff. Ich behalte die Karte jetzt mal. Überhaupt mal alle Karten. Der Start gefällt mir ehrlich gesagt sogar besser. So. Okay. Auf ein neues. Kämpfe! Der hat schon wieder nichts. Okay. Das tut mir jetzt aber leid. Oh, ein Bömmchen. Ein Bömmchen ist auch was Schönes. Hallo. Ach, der verlegt sich natürlich eine zufällige Reihe, wenn hier irgendwas gespielt wird. Bla, bla, bla. Dann machen wir ihn kaputt. So einfach ist das. Ist doch kein Problem. Da haben wir Chicken Weeds draus gemacht. Okay. Das ist doch schon mal angenehmer. So, was kommt jetzt? Mit Doppelschlag. Also ich kann jetzt sagen, okay, ich verstärke die beiden von Anfang an jetzt einfach, weil ich es kann. Oder ich pflanze ein Bömmchen hin. Ich glaube, ich pflanze das Bömmchen. Ich hebe mir die Verstärkung noch auf. Wer weiß, ob ich die nicht noch mal brauchen kann. Nööööööööö. Okay. 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 Ich hätte verstärken sollen. Ja, ach, Kacke. Dann wäre er ja jetzt weg gewesen. Okay. Ich muss jetzt verstärken. Ich weiß nicht, was da drunter ist. Wahrscheinlich ist es die Eventkarte. Ich weiß nicht, was da drunter ist und den kriege ich nicht weg, wenn ich mich jetzt die Verstärkung ausspiele. Ja, es ist die Eventkarte. Also, wir haben jetzt sieben Schaden, die wir jetzt bekommen. Außer ich habe Glück und das Blockmeter spielt für uns mit. Ja, komm, komm, gib mir einen Dreierblock. Gib mir einen Dreierblock. Das läuft nicht so gut für uns. Du bist nicht amphibisch, ne? Ich pflanze das jetzt einfach mal da in der Hoffnung, dass es sich hier rüber verschiebt. Das ist der Wahnsinn! Was ist da los? Oh Gott. Gut, dass der geblockt wird. Oh. Der wird sich zwar dadurch jetzt verschieben, aber dann haben wir ihn weg von der Lane. So. Ja, der Bonus. Also, ja, das ist nur der Einsangriff. Der ist nicht so schlimm. So. Aber dadurch ist mein Nüsschen jetzt weg. Kacko. Das war auch dumm. Das ist alles dumm. Was mache ich denn? Oh Gott. Gut. Aber, wenn ich jetzt ihn hier pflanze, dann verschiebt er sich hier rüber, greift das an und ist dadurch tot. Genau. Das hat schon mal funktioniert. Jetzt gibt er ihm die Verstärkung. Pass auf. Ja. Es läuft nicht gut. Ich hätte davor das anders spielen sollen. Das hat mir schon wieder das Game gekostet. Ich meine, wir können jetzt noch gucken, wenn wir irgendwie die 10 Schaden zusammenbekommen. Ja, jetzt fangen wir auf. Ja, hi. Ich pflanze den da, um den aufzuhalten. Nein, das geht sich ja gar nicht auf. Oh Gott, ich bin zu dumm. Oh, wisst ihr was? Ich dachte jetzt, ich hätte dann noch zwei so... Ach komm, wir machen einfach nochmal. Einfach nochmal. Das kriegen wir jetzt nochmal hin. Komm. Machen wir kurz nochmal leiser wegen Werbung und Co. Wie kriegt das jetzt hin? Das kriegen wir jetzt hin. Ja, Werbung angucken. Was kriegen wir denn für eine Werbung? Magic Puzzle Quest Reward. Aha. Okay. Wenn man kombiniert, um dann da oben irgendwelche Viecher wegzuschnetzeln. Oder so ähnlich. Okay. Solche Games finde ich tatsächlich unterhaltsam. Ich finde die tatsächlich gar nicht mal so schlecht. Ich finde, diese Games können tatsächlich echt Spaß machen. Nur die meisten sind halt nicht so gut umgesetzt. Es gibt da wirklich teilweise echt gute Ableger in dem Bereich. Aber dann zwischendurch hast du wieder welche, die einfach richtig schlecht sind. Oh, laut. 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 Okay. So. Komm. Jetzt metzeln wir den weg. Komm. Und jetzt stelle ich mich klüger an. Oh, interessanter Start. Hm. Ich lasse das. Ich nehme den auch mit, weil wenn wir die beiden hier setzen, die beiden, dann hat der da schon mal einen Vorteil. Ja, das setzen wir schon mal. Das war ja, genau, Gesundheit für jede, für jede Pflanze in unserem Mervenfeld. Ja, genau. Geh doch nach Hause. Geh doch nach Hause. Naja, dann ist das schon mal weg. Bin, Buddy. Wow, ernsthaft? Das ist mich doch verarscht. So. Bisschen Soundbugs hat's heute, ne? Das Game. Okay. Ja, genau. Ich lasse es so. Dann ist der wenigstens weg. Der Wurschttypi. Läuft halt schon wieder nicht gut für uns. Okay. Das ist ein Anfang. Bringt mir aber nix. Das ist, weil... Ne? Ah! Ja, wir spielen hier mal die Birnenbuddies aus. Dann ist der wenigstens schon mal weg. Und ja. Hat er einen Trick? Nein. Gut. Einer der Birnenbuddies muss leider dran glauben. Oh, Mann. So. Nochmal so einen tödlichen... Ey. Du willst mich doch echt verarschen. Ich kann den schon mal setzen. Ich kann das schon mal setzen. Dann kriegen wir den schon mal weg. Ja, es ist nicht die geil... Warum spielt er den auf... Ach so, weil er nicht in die Wasserländer versetzt werden kann. So, aber der ist jetzt schon mal weg. Das heißt, wir müssen uns nur noch um den kümmern. Wow! Wow. Das ist jetzt interessant. Dass er nichts macht. Ihr macht das jetzt absichtlich. Also ich den jetzt schon ausspiele. Aber ich muss den Wicht loswerden. Ich weiß nämlich nicht, wie viele Wichte der mir noch entgegenwirft. Jetzt kriegt er auch noch Raserei. Ich glaube, ich spinne. Das ist so... Plus sieben. Der hat sieben Angriff. Was soll das denn? Drei Schaden. Ja, machen wir schon mal. Bringt mir noch nicht so viel. Ich meine, er hat sieben. Was ist das denn? Okay. Genau. Ja, genau. So, jetzt machen wir den da hin. Machen wir den da hin. Machen wir den da hin. Ich muss die zwei Schaden von ihm jetzt annehmen, weil... Der immer noch tödlich hat. Wie viel... Jetzt kriegt er noch mal eine Verstärkung. Plus... Äh, äh, ist nur eins gepanzert. Sonst hätte ich überlegt, ob ich den doch da hinsetzen kann. Das ist doch... Das ist doch nicht normal. Was ist denn... Okay. Also, wir stellen fest, ich habe heute kein Glück. Ich habe heute kein Glück. Ich habe mal drei Runden versucht und jedes Mal wieder gefailt. Das heißt, ich werde jetzt einfach offscreen versuchen, den irgendwie noch zu besiegen. Und ich hoffe, dass ich es schaffe. Drückt mir die Daumen. Ich bedanke mich auf alle Fälle fürs Zusehen und sage Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bye.